Fall Guys, let's play together und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja meine Freunde, heute geht es direkt weiter mit der Co-Op-Session, die ich vor einiger Zeit aufgenommen habe. Und in dieser Runde ist etwas passiert, das werde ich niemals vergessen. Das war der komischste, weirdestste Glitch, den ich jemals hatte in Fall Guys. Ich hatte wirklich kurz die Angst, dass der eine oder andere denkt, der cheat doch oder sonst irgendwas. Bis ich dann nach Recherchen gemerkt habe, dass das quasi ein bekannter Fehler ist und darüber sogar YouTube-Videos online sind. Das hat mich dann etwas beruhigt. Das müsst ihr gesehen haben. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich schicke euch jetzt in die zwölfte Co-Op-Runde. Monologisch ist es die 150. Episode, das 150. Turnier und wünsche dazu, wie immer, viel Chaos und viel Spaß. So an sich gar kein Controller dafür. Na gut, halt Gamepad. Musst du ein Gamepad für deinen PC haben. Controller, Gamepad, du musst doch was haben. Was ist ein Gamepad? Oh Gott, sei einfach still. Ein Controller. Ich habe ein Gamepad für die Wii, Q. Okay. Das wisst ihr ja, wie es geht. Mit kraftiven Stohlen. Stohlen? Ja. Ja, er hat meine Wii U geklaut. Alles klar. Das haben wir heute schon mal gespielt, Freunde. Ich will keine Ausreden mehr. Ja. Ja. Da war ich ja so gut. War das jetzt ironisch oder? Nein, da war es so ernst gemeint. War das das, wo du versucht hast, oben drüber zu gehen? Da hast du mir irgendwas erklärt? Ja, wo der eine das versucht hat, solange aufgehängt hat. Achso, wo du nicht an die Schaukel bist. Wo ich an die Schaukel bin, er auch wollte, aber er es nicht hingekriegt hat und nicht schon. Ah. Applausi. War das Schluss? Das ist sehr kompliziert. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Applausi. Ach, Applausi. Ich habe verstanden. Darf ich rausgehen? Ich wollte schon schreien. Brüllen. Ich bin ja echt nur immer froh, wenn wir schon mal vier sind. Weißt du? Also das kann ich es gleich vergessen. Das ist immer das Schlimmste, wenn ich das Gefühl habe. Okay, das kannst du vergessen. Das ist schon eine Idee. Wir können da lenken in der Luft, gell? Also man kann es ein bisschen lenken. Ich gehe aber direkt ins Grüne. Oder ich versuch's. Ich werde hier alles auf kurz. Ja gut, was man nimmt, ist eigentlich egal. Das ist, also hauptsache, man kommt an. Die Wasserbälle hauen wir um die Ohren, wobei es geht. Ich will nicht gewasserballt werden. Au. Boah, jetzt ziehe ich halt gar nichts mehr. Die Kamera ist manchmal so blöd. Also ganz ehrlich, das ist ja wirklich ein Arztrober. Irgendwann hat mich festgehört. Wenn ich den erwische, dann gebe ich ihm Schuze. Hier ist das Klettern immer ein bisschen nervig, aber wenn man sich kurz Zeit nimmt, geht das. Da bin ich vor eine Ausfahrung gegangen. Bei mir läuft es einigermaßen. Ich kann mich gerne beschweren gerade. Bei mir läuft es auch. Aber nicht mit nach vorne. Ich glaube, ich habe es nicht mehr weit. Jetzt habe ich versucht. Ja, das war klar, dass ich das jetzt nicht erwische, aber das habe ich nicht in der Hand. Oh, das war zu weit. Also, ich bin drin. 56 Punkte, Freunde. Vielleicht mit Rufland. Ja, ich sehe den Latschen, Mann. Geh einfach rechts da hoch und laufe über die Röhre. Nicht hüpfen. Warum hüpft du denn? Weil es ist nicht. Das hat jetzt... Ja. Oh, mein Gott. Nein. Und dann machst du das. Das war schon. Ja, aber du musst ruhig spielen. Jetzt rechts, rechts. Ja. Notfalls mal Geduld. 35 Punkte nachgeholt. Jetzt kriegst du das, aber? Ja. Und festhalten. Warten und nur loslassen, nicht hechten. Nur loslassen. Ah, Leon versucht das. Ja, das habe ich vorhin auch versucht. Nicht schlimm, du kannst jetzt üben. Wir sind eh weiter, aber du übst ein bisschen. Okay, alles gut. Jetzt hier, jetzt rechts. Rechts. Jawohl. Und hier vorne, ähm, nicht großartig. Ja, genau. Und dann in irgendeiner Röhre da vorne. Ist ja alles möglich auch. Kannst du ja einen aussuchen. Jawohl. Alles klar, alle da. Kommen nicht mal alle an, gell? Ja, 151 Punkte. Das war neu. Recht gut. Das war auch eine Supermodelle, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall sind wir weiter. Und das ohne Probleme. Hey, das steht auch im Ding. Was sagst du? Das ist die Tatsache. Ich finde es war okay. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ich würde halt immer gerne mit dem Finale kommen. Nein, das Zitat gebe ich jetzt nicht an. Bitte nicht. Jan wird das kennen. Oh nein. Mandara? Oh nein. Was? Mandara Zitate? Ja. Das ist echt schwer, das Ding. Ich habe da echt das Gefühl, dass wir da Probleme jetzt kriegen. Wake up. Lass dir nicht mehr jetzt mal was sehen von dir. Warum hast du mal so ein ähnliches Zitat? Das waren alles Mandara Zitate. Hast du mir zu? Ja, du willst jetzt was sehen von mir. Mal mindestens Platz 5. Und zwar nicht von der Truppe. Von dir. Top 5 möchte ich jetzt sehen. Ich bin der Vorderste Pinguin. Wir sind alle vorne. Ich glaube, ich bin Pinguin. Ratschlich und konzentriere dich. Oh Gott, ich bin hier also echt irgendwo. Oh Gott, das ist alles so knapp. Nein. Jetzt hat mich die Faust festgehalten. Oh, das Plateau ist am Schluss. Das ist einfach. Also vermeintlich. Ja, also ich bin drin und 42 Punkte. Jetzt schaue ich mal unserem Pinguin zu. Ja, besser so, wenn du nicht verteifeln willst. So schlimm, gleich. Das war jetzt alles Zufall, Leon. Aber kann man nehmen, oder? Alles gut. Nein. Sehr gut, Leon. Jawohl. Jetzt hier, mach langsam. Also jetzt übertreib es nicht. Jetzt hier schon mal da drauf in Ruhe. Dann rechts wieder laufen. Weißt du ja selber, wie es geht. Hüpfen. Rechts, rechts. So, siehst du. Genau, jetzt wird links. Jetzt kannst du mit einem Hechtsprung auf die lila Plattform. Ja, oder so. Jawohl. Jawohl. 30 Punkte von Leon am Start. Lass dir nicht hoch deine Mama jetzt nachher an. Und sag dir, dass sie dir fünf Stunden gegeben hat. Sie soll dir nur noch eine geben, weil du hier versagst. Und du kriegst eine Woche Hausarrest. Ich habe gesagt, mindestens ein Top Ten. Och, habe ich mir selber eingebraucht. Habe ich schon. Alles klar. Kommst du an? Dustin? Ich weiß das nicht. Oder wird es der Countdown? Wenn es der Countdown wird, dann kriegst du eine. Okay. Du musst mir nur noch deine Adresse geben, dass ich da auch abliefern kann. Und ich kann es dir sagen, hallo. Das muss ich mir noch schwer überlegen mit dir, Dustin. Ganz ehrlich. Die Freundschaft ist auf der Kippe. Okay. Warte, nee. Wir müssen das nochmal aufnehmen. Das mache ich jetzt nicht. Na ja, immerhin sind wir weiter. Aber wenn du das jetzt nochmal machst, gebe ich dir die Schuld. Rackel, wenn du jetzt noch einmal die Tür aufmachst, bist du der Nächste. Mit der Kündigung. Tür zu oder Tier heim. Wie kriegt ihr eine Tür auf? Naja, die ist ja nur angelehnt. Oh. Und wenn er die aufmacht, dann höre ich den Kühlschrank. Ja, das kann ich aber nicht bringen, wenn die was trinken wollen. Ich habe ja zwei Katzen. Ja, wenn die was trinken wollen, ich kann ja nicht zumachen. Aber Tür auf, Tür zu. Ich habe ja ein eigenes Zimmer. Ich habe schon gerade so gedacht, der Hund... Oh, das ist einfach vermeintlich. Ja, das ist einfach. Einfach immer, wenn der... Ich weiß. Okay. Dann weiß es Leon auch. Ist das das mit dem Ventilator oder ohne? Ohne. Leon, da kommt einfach so ein Kehrer oder wenn man sagen will, du musst einfach drüberhüpfen. Und ruhig. Ja, ja. Ach stimmt, ja. Vermeintlich einfach. Die Leute heben da ganz gemeint fest. Ja, weiß ich auch nicht. Immer ein bisschen Bewegung bleiben, damit sie nicht festhalten können. Mehr kann ich euch als Ratschlag auch nicht geben. Ich laufe meistens auf der Stelle im Kreis. Oder davor. Weg kann man auch machen. Vor allem, wenn man sieht, dass man jetzt den Sprung nicht schafft, weil das parallel ist. Plan ist. Der Kopf stößt ja die ganze Zeit an. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ja gut, du brauchst ja nicht hüpfen, wenn das nicht. Das Ding wird auch immer schneller. Immer schneller, ja. Das ist eine Minute, was wir aushalten müssen. Also ab jetzt. Aber das klingt einfach. Glaubt mir ist es nicht. Das gesagt, das wird da. Also es ist einfach. Vermeintlich einfach, hab ich gesagt. Weißt du nicht, was das heißt, wenn man sagt vermeintlich einfach. Es sieht einfach aus. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Es wird langsam schwierig, weil jetzt wird es natürlich schneller. Der Boden wird auch kaputt gehen. Nein, in dem Fall nicht. Das gibt es, ja, du hast recht. Aber in dem Fall nicht. Aber es gibt es das. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ganz dumme Stelle. Knap, 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 knap. Ja, das ist einfach, hab da noch nie Mario gespielt. Das ist, wenn das, wer das gespielt hat, kann das. Ich bin Mario-Kid. Also, ich hab jede Mario-Kid. Also, ich hab jede Mario-Kid. Mario-Kid. Nein! Mario-Kiddy. Das denn? Aber ich, hey, wir sind Zweiter und ich hab gut durchgehalten. Wir sind Zweiter, weil alle noch leben. Und wir haben 14 Sekunden noch. Ich bin noch am Leben. Jetzt geht die Tür wieder auf, ich flippe aus. Ich gehöre unter die Top 10. Willow, sei stolz auf mich. Mach ich. Und nein, es gibt viele, die nicht mehr drin sind. Ich bin noch am Überleben. Oh Gott. Ich hab überlebt. Me too, wir sind halt wirklich Erster geworden. Wenn es jetzt wirklich Erster ist, ich weiß nicht, ob es jetzt ein paar Ersterplätze gab. Könnte der Server bitte nicht abstürzen? Soweit ich weiß, wir sind Zweiter. Wir sind im Halbfinale. Ich hatte dieses Wort nicht erwähnt, dann müsste es klappen. Mann, 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 Mann. Wer ist runtergefallen? Das denn, oder? Ja. Ich frag nur, ich wollte nicht gerade sagen, ist unser Mage noch da? Das sah so komisch aus. Aber das sah, glaube ich, nicht so aus. Bin ja mal spannend, was das jetzt gibt. Bitte kein Bubble Trouble. Dann erlebt das. Das ist normal. Der kann sich für ein Spiel nicht entscheiden. Der kennt euch. Finale. Wir sind im Finale. Ja. Und das Game mache ich überhaupt nicht. Ja. Willst du mal lachen? Als ich dieses Spiel, diese Map, das letzte Mal spielte, Solo, habe ich gewonnen. Ja, klar. Aber das war das erste Mal. Tut mir leid, aber das ist schon krass. Also den einzigen Trick, den ich euch geben kann, ist, lauft nicht straight, sondern hüpft hoch die ganze Zeit. Dann könnt ihr nämlich ein bisschen Zeit verplempern. Warte mal, das heißt, diese Frage kommt auf YouTube. Ja, ja, das ist auch 100%. Selbstverständlich. Warum hast du Angst, dass du da irgendwie... Guck, der Leon macht es schon richtig. Also, wenn das Leon ist der, der mit den Latschen hier. Ein Pinguin. Nein, 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 nein. Nicht direkt durchfallen, wie könnte er das mir antun? Ah, das bleibt ein bisschen länger stehen. Bestimmt, weil es tot ist oder so. Nein, nein. Ich fall eben auch... Ja, der hat nicht durch meine Löcher durchfallen. Der ist eben so drauf. Warum bleiben da Weiße stehen? Ist das normal, dass da Weiße stehen bleibt? Hä, das geht bei mir oben gar nicht kaputt. Ist das ein Bug oder ist das Absicht jetzt, dass die Weißen stehen bleiben? Ich glaube, das Spiel buggt. Oder ist das... Weil ich kann hier oben stehen bleiben. Ähm, Freunde, mein Spiel grutscht, glaube ich gerade. Weil ich stehe oben auf Weißen und kann einfach nur stehen bleiben. Ich weiß nicht, warum. Einfach ausnutzen. Nein. Ich glaube, mein Spiel buggt. Einfach ausnutzen. Nicht, dass das nicht heißt, ich wäre hier Hacker oder so. Ich kann nichts dafür. Das bleibt alles stehen. Ich bin bei der letzten Plattform. Ich sehe euch gar nicht so viel, bleibt das stehen. Hä? Ich kann stehen bleiben, ich stehe. Okay, ist das normal? Ja, komm, ich bin down. Nein. Hä? Ich kann euch nicht sehen. Ich stehe aber hier noch und weiß nicht, warum ich stehe. Ja gut, dann siegt nämlich ehrlich gesagt auch. Wir haben so viel Pech mit Servern gehabt anwesend. Oh. Und du bist so cheater. Weil mein Spiel buggt auch. Rechts die Namen, die da ausscheiden, buggen auch. Ja, gewinne ich es jetzt oder was? Ich verstehe überhaupt nichts mehr gerade, ehrlich gesagt. Oh, Miesa. Dieser Miese. Oh, da ist jetzt wieder normal der Name. Dieser Miese. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier stehe, aber die Dinger gehen nicht mehr. Du willst nicht wissen, wie das bei uns aussieht. Wie sieht es denn aus? Da stehe ich in der Luft oder was? Ja. Ja, keine Ahnung. Unterhalb der eigentlichen Linie. Ich weiß nicht, es buggt irgendwie. Was kann ich dafür, Alter? Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, das Spiel wird so lange nicht beendet, bis du... Ah ne, der muss noch ster... Ja, oder bin ich jetzt hier... Hat sich mein Server aufgehangen? Ist doch nicht so, dass ich gewonnen habe mit euch jetzt. Ich habe auch Dings bekommen. Achievements. Tja, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Moment, das ist ja Folgmann bekommen. Das ist ja diese Animation von Etsy. Wie cool ist das denn? Welche Erziehung? Ich bin vorbei gekommen. Also ich kann da jetzt nichts dafür, das hat jetzt voll gepackt. Aber den Sieg nehme ich mir. Die Folge kommt auf jeden Fall. Das könnt ihr aber wissen, allein diesen Glitch muss ich noch zeigen. Ich kriege auch keine Ding gerade, ich kriege auch keine EP so richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Krone jetzt kriege oder sowas, aber die Achievements bekomme ich. Ey, Lasten, like that. Irgendwie hängt das Spiel. Wahrscheinlich hat die einen Server-Lag oder sowas. Ey, ich hatte gerade so viel Level gemacht. Hau von gehe ich aus. Ich drücke jetzt, glaube ich, mal hier auf Überspringen, weil es backt jetzt. Weil mein Spiel backt. Mein Spiel backt vor der Kanne. Das ist alles irgendwie so durchsichtig und so weiter. Ich kann es nicht ändern. Ich kriege noch nicht mal die Idee, die Krone hier überreicht. Aber ich habe gewonnen, oder? Ihr habt auch gewonnen, oder? Ja. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wisst ihr was, das nehme ich. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich habe kurz überlegt, ob ich rausgehen soll, aber das Spiel hat uns heute mit dem Server so viele Probleme gemacht. Dann nehmen wir das einfach mal an. Dann nehmen wir das einfach an. Herzlichen Dank. Ich glaube sogar, dass ich Alt-E4 machen muss, weil ich komme hier nicht mehr raus. Ehrlich. Ich komme hier nicht mehr raus, glaube ich. Scheiße. Egal, aber das Sieg, also das Achievement habe ich vor allen Dingen. Ich habe vor allen Dingen auch noch das Achievement bekommen. Ich mache 20 Siege. Das war wohl, oder irgendwie so. Das war wohl mein 20. Sieg. Kann gut sein. Ich hoffe, wir gewinnen gleich nochmal. Ich hoffe, wir gewinnen gleich nochmal.